Hallo Leute bei ParteiLP heute mit einem neuen Let's Play Dark Ocean und ja wir gehen jetzt mal auf neues Spiel und ich habe es im Forum schon mir angeguckt das ist echt der längste Ladebildschirm der ganzen Welt. In the darkest of moments of life is when your true relu is We're going to go. We're going to go. Okay now a Marine on a ship. So we're going to go. They think she's going to go. Dark Ocean Ja, das ist Teil 1, Leute. Und jetzt kommt erstmal der längste. Der längste Ladebildschirm. Der längste Ladebildschirm. Also. Der längste Ladebildschirm. Also. Ah, es geht schneller. Wow, es ist schneller gegangen. Okay, dann mal angucken. Okay, wir sind eine Frau. Und was haben wir? Wir sind in einem Raum. Okay, wir können gehen. Laufen auf Shift. Okay. Hier ist eine Lampe. Die sieht aber schon fast... Boah, Junge, die Lampen, sie gehen aus. Ich habe Angst. Kann ich nicht mehr eine Waffe oder so haben? Ich kriege Angst. Okay, Space to Aim. Ah, okay. Ach, da. Geil, Alter. Das Zombie ist voll verbrannt. Zerstör. Okay. Okay, Flare Gun. Okay, dann geht's weiter, Leute. Also, wenn ihr das Spiel weiter... Wenn ich das Spiel weiter spielen soll, dann ist das doch gut. Wir gehen jetzt hier mal die schöne Treppe runter. Alter, ich kann die Treppe nicht runtergehen. Was ist das? Okay. Hier ist... Okay. Ein kleiner Intro. Okay. Wir sind in einem Casino. Oh, no. The Faller has fallen down. Okay, wir sind im Casino. Da sind... Zeichnungen. Sie sehen aus wie Wolken. Wolken. Eine neue Mission. Show Objekts map mit M. Okay. Okay. Change for me. Okay, jetzt sind wir im Aufzug. Das ist aber ein enger Aufzug hier, ne? Okay, dann gehen wir mal raus. Okay. Kann ich hier reingehen? Nein. Boah, ist ja eh sehr angeschossen aus. Ich glaube, ich muss nochmal runterfahren. Oder ist das... Ist das auch ein Aufzug? Okay, Leute. Es sieht sehr gruselig aus. Wir sind hier in der Kabine. 480 bis 500. Okay, dann gehen wir... Ah, da hinten geht's doch weiter. Da hinten haben wir doch noch, glaube ich, was gefunden. Boah! Boah! Stirb! Oh, scheiße. Hat der mich erschreckt. Oh, ich glaube, ich habe ein... Mach die Tür auf. Wir sind auf dem Klo. Da liegt ein Medipack. Was soll ich machen? Ich nehme mir das Medipack mit. Medipack mitgenommen, Leute. Gibt's hier noch was zum Einsammeln? Also der Zombie, der hat mich mal gerade richtig... Mal reloaden. Okay, hier gibt's also weiter nichts... Nichts, außer dass uns ein Zombie übelst erschreckt hat. Okay. Okay, 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 okay. Und hier gibt's auch nichts mehr. Nichts mehr. Also geht's weiter in den Aufzug. Und ich bin im Aufzug drin. Ich drück doch eh. Jetzt geht doch zu. Gut, scheiß Aufzug. Alter. Was haben wir denn hier noch? Vielleicht müssen wir hier noch was machen. Aber ich sehe hier nichts mehr. Ich sehe hier nichts mehr. Nee, ich kann hier einfach nichts mehr machen. Und im Aufzug kann ich auch nichts machen. Ich laufe jetzt hier mal wild rum. Eigentlich wollte ich ja gar keine Frau hier sein. Aber okay. Schöne rote Haare, desto rossiger das Dach, desto feuchter der Kett. Okay, wir sind hier... Ah. Jetzt habe ich's raus. Wir konnten hier hinter. Okay. Ehe zu jumpen. Spring runter. Nein, spring nicht. Spring. Ah. Also, dass sie sich nicht wehgetan hat, ne? Bam. Boah, du Hurensohn, Alter. Der hat mir eine Faust gegeben. Bring den rum. Hey, Alter. Aber lauf doch, du Schlampe. Lauf. Boah, lach doch nicht nach. Ich glaube, ich werde jetzt hier sterben. Weil ich keine Muni mehr habe. Und schlagen kann ich hier glaube ich auch nicht. Ich kann eben jetzt mal weglaufen vor ihm. Okay. Neues Intro. Also, dass der Zombie sie nicht angreift, obwohl er hinter ihr war. Aber okay, was geht denn? Da hast du ne Fotokamera. Kamera mit Flashing. Okay. Ja, wow. Ich habe ne Kamera mit Flashing. Und jetzt? Mann, lass nach. Ich brauche Munition. Ich habe wieder vier Munition. Lauf, 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 lauf. Lauf. Alter, warum sterben die so schlecht? Muss ich den auf den Kopf ziehen? Ah, jetzt habe ich rausgefunden, wie sie sterben. Ach so. Okay, jetzt habe ich noch zwar Hälfte des Lebens, aber okay. Okay, hier blinkt eine Tür. Okay, durchgehen kann ich nicht. Schöner Teddy. Schöner Teddy. Hier durchgehen kann ich. Cool, ich kann da durch. Damn, the door is locked. Feind. Feind. Okay, ich soll also einen Schlüssel finden. Oh oh, ein Zombie. Los. Ja, ich kann ihn nicht raus. Ich kann ihn nicht raus. Ich habe keine Munition mehr. Ich kann ihn nicht raus. Ich habe keine Munition mehr. Ich kann ihn nicht raus.